Wo bleibt die? Wir kommen wieder zum Unterricht zu spät. Dann kriegen wir wieder Ärger. Endlich bist du da. Wo bleibst du? Wir haben Unterricht. Leute, mir kackt doch nicht immer rum. Es gibt wichtigere Sachen als Schule. Zum Beispiel das hier. Nicht anfassen, es wird noch hier dreckig. Was vertreibst du? Wir haben eine neue. Leute, guckt auf mich und auf meine Tasche. Sie sieht aus wie ein Vogel. Ich bin jetzt sauer, wir gehen. Hallo, du bist doch die Neue. Ja. Wie heißt du denn? Ich heiße Lara. Du hast einen sehr schönen Hemd und einen sehr schönen Style. Dankeschön. Bitte. Du bist die Neue? Ja, sehr wohl. Ich heiße Lara. Taschentuch. Warum redet ihr mit der? Ist doch neu hier. Und außerdem brauchen wir doch so viel wie so eine Vierte. Ich bin hier die Chefin und ich suche aus. Du willst denn unsere Gruppe? Äh. Also dann musst du dich genauso schwarz anziehen wie die hier. Die Einzige, die so leuchten darf, bin ich. Und das, was du anhast, das ist bäh. Das ist ein sehr nettes Angebot. Aber ich lauf lieber so rum, anstatt schwarz rum zu laufen. Das wirst du schon freuen. Aber okay. So ein hässes Sprachwünsch. Leute. Wir gehen. Nimm das. Wir gehen, hab ich gesagt. Wow. Ey Leute, wo es geht? Können wir seit gestern nicht erreichen. Ich weiß es leider auch nicht. Okay. Guck mal, mit wem die abhängt. Niemals. Was? Was hat die da an? Ihr fascht mich. Hi. Was für Hi? Was hast du da an? Du darfst dich nur schwarz anziehen. Das ist dir schon bewusst, ne? Hey, wieso? Guck mal, wie schön einfach. Was für schön. Du gehörst nicht mehr zu unserer Gruppe. Die Lara, hey. Was? Nein, nix, die Lara. Wir gehen jetzt. Kommt. Die Lara, bitte. Alles okay? Nicht alles okay. Alles wegen die Lara. Was ist eigentlich mit Lara? Du hast hier echt eine sehr gute Freundin. Ja, Leute. Was ist eigentlich mit euch? Ich würde jetzt auch gerne ein beiges T-Shirt anziehen. Ich würde mir auch so gerne seine zerrissene Hose anziehen. Ja, guck mal, wie schön das ist. Aber Leute, lasst uns bitte befreundet sein. Ich weiß nicht mehr. Hi Leute, ihr kennt Lara, oder nicht? Ja. Ihr seht mega aus mit diesen Outfits. Wirklich. Deine Hose schickt dir mega. Dankeschön, die ist neu. Warum habt ihr euch jetzt bunt angezündet? Dilana, du hast uns nichts mehr zu sagen. Genau. Wir sind nicht mehr mit dir befreundet. Sieht ihr, was ihr gemacht habt? Stopp! Ihr habt meine Freundin angenommen. Stopp! Ey. In meiner Welt kann nicht jeder mit jedem befreunden, okay? Deine Welt kann sich so ein Zorn schieben. Boah Leute, komm, lasst gehen. Wirklich? Die müssen doch wie hinterher kommen. Hä? Lass dich mal, fluppers! Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020